Und damit herzlich willkommen zum sechsten Part Disney Speedstorms. Einfach bearbeiten. Wir können noch nicht aufleveln, deswegen heißt es, spielen wir weiter. Das ist eine große Bildschirm. Oh, wir sind gerade schlecht. Das ist eine große Bildschirm. Das ist eine große Bildschirm. Das ist eine große Bildschirm. Excuse me, wir haben 2022. Eigentlich schreiben wir aber egal. Hier bin ich. Yes! Oops! Das ist eine große Bildschirm. Und natürlich, wie es sich für mich gehört, haben wir gewonnen. Soll ich dich mal in Multiplayer messen, dann schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Gut, ich habe gesehen, wir haben irgendeine Kiste zum Öffnen. Da gehen wir mal in den Shop rein. Okay. Gut. Gut, Einzelplayer, machen wir weiter mit der Season, die wir angefangen haben. Ich weiß jetzt gar nicht, warum es nur zwei Punkte waren. Was war denn der letzte Punkt? Gewinn des Rennen trifft mindestens 10 Sekunden. Oh, wir kriegen einen neuen Charakter gezeigt. Auf Stufe 15. Das ist ja cool. Du wirst du das nicht haben. Du wirst das nicht sein. Das ist ja cool. Du wirst das nicht sein. Du wirst das nicht sein. Natürlich. Ich bin es nicht. Okay, wir sind vielleicht schlecht. Ja, ich bin... jetzt stellen wir halt richtig dumm an. Oh, diesmal haben wir nicht gewonnen. Das ist ja eine wahre Seltenheit. Ich habe das noch nie passiert in der Karriere von Speedstorm. Das heißt, wir kriegen hier auch gar nicht die Punkte. Okay, dann versuchen wir es nochmal und schränke es besser an. Natürlich. Das kriegen wir besser hin. Aber auch noch durch mein dummes Dasein. Ah, schade. Ja. 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 So, jetzt hat mich mehr angeschränkt, nichts gelabert und so sind wir auch besser geworden, Leute. Und gegen auch diesmal alle Erfahrungspunkte. So, wir kriegen hier oben eine Belohnung. Äh, bekommen wir die ersten drei, wäre der Erste, wenn wir das Rennen. Dafür kriegen wir hier eine Belohnung. Kommen wir die ersten, ja komm, wir machen das, die Belohnung hier. Wir können nur Goofy auswählen, wir können ihn verbessern. Wollen wir ihn verbessern? Ich gehe nochmal komplett raus. Sammlung. Nee. Okay, jetzt haben wir die mal abgequältet und jetzt können wir hier noch Goofy oder Micky. Den würde ich eher spielen. Ah, so sind wir verteidigte selten, Raser. Okay, dann können wir ihn nochmal verbessern. Ah, jetzt reicht's nicht. Doch, jetzt reicht's mal aus, oder? Er kann ich schon bis 7.9. Warte mal, wie haben wir sie jetzt abgesichert? Er kann das hier jetzt mehr abquälen. Ich verstehe. Als ihr. Wir haben noch 6 Stück. Keine Ahnung. Egal, wir spielen weiter. Ähm. Kiste bereit? Ah, krieg ich gerade das Kiste. Ja, öffnen wir doch mal. Könnte ich auch einen eigenen Pfad eigentlich draus machen. So wie ich's bei, äh, On Rush gemacht hab. Oh, für Mowgli, geil. Gut, dann gehen wir auf, ist immer noch Kiste bereit. Aber hier beim ersten Kiste nicht eingesammelt. Ich meine, wir spielen hier jetzt die Level weiter, die Kapitel weiter. Äh, ja, gehen wir zu so einem Rennen. Was hab ich hier für drei Kugeln hinter mir? Ah, oh, ich verstehe. Alter, ich verstehe. Oh, ich verstehe gerade gar nichts, glaub ich. Oh, ich verstehe, nein. Ah, das ist wunderbar. Äh, das ist schon mal blind. Woaa. Ja doch, hast du einen Eliminierungs-Slam? Nein! Was mache ich? Was mache ich? Hä? Ich verstehe gar nicht. Ich habe gerade gar nicht gesehen. nichts verstanden. Ich hab grad gar nichts verstanden. Ey, scheiße. Oh, ja, natürlich. Wir gewinnen das Rennen und, ach, keine Ahnung, Color Match. Was? Achte auf die Fähigkeiten. Wenn Sie die selbe Fahrer haben wie du, werden Sie geboost. Wenn nicht, betäuben Sie sich. Alter, was? Überfordert mich doch nicht. Ich bin doch jetzt schon überfordert. Ich weiß, ich kann. Ich wundere, ob das kann schneller gehen. Goodbye. Tschüss. Da geht's. Yes. Ah, zum Eingriff. Ja, das war doch von mir. Ich muss nur die ersten drei Plätze. Ja. Oh. Let me try. Ja, das ist ein cooler Modus. Haben Sie was cooles einfallen lassen. Das macht mich sehr glücklich. Das macht mich sehr glücklich. Einfach mal mit beachten. Nach der letzten Runde. Ach, naja. Wir hatten, nach der letzten Runde. Ich habe mir die ganze Zeit angezeigt. Aber ich würde sagen, damit wir endlich den fahrt, ich bin an 1, habt fun.